Ich war ein Steh, aber ich bin auch ein Steh. Das ist ein Schalterkrieg. Nein, das ist alles rausgezogen. Irgendwann ist ich mal nicht. So, wie geht das? Ha! Gut, läuft's? Läuft's. Ich schneide nicht. Ich mach das Wasser. Wir haben gerade gesungen. Heizwege, 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 heo, 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 heo. Da können sie mich. die mobben mich aufgrund meines alters hier in der gruppe warum bist du der jüngste ja ja du kostet mich wieder metafilmen ja entschuldigung also so wie immer dann rand im x ja ist ok Tim wie läuft es gut ist das Leben besser wie gestern Sven bei dir im scheiße läuft das richtig scheiße sorry habe ich mich selber raus geschossen ja dann habt ihr das meiste schwere alle hinter uns genau was halt schwer da sind auch noch so anti-geschenke verteilt worden monster hier Tief! Filmst du mich jetzt bei der tiefen Gruppe? Mann! Tief! 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 Lass zu Hause wieder endlich! Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen, ne? Ist halt so ein typischer Henning! Normal? Normal, ja! Ist drauf, dein Wot zum Sonntag! Du lach nicht, du bist auch noch dran! Wir haben noch eine Scheibe, wir können doch nichts rein! Kannst du in 10 Minuten nochmals kommen, ich muss mir etwas überlegen! Ja, ist okay, wir sehen uns gleich! Weniger Sonne, mehr Punkte! Ne, mehr Sonne! Mehr Sonne! Fiedere! Dein Wot zum Sonntag! Ach, Elmar, was soll ich sagen? Sehr gute Veranstaltung! Danke! Hat mir sehr gut gefallen! Hab beim Timo schon gesagt, coole Scheibe! War wieder rechtlos begeistert hier! Ist nur weiter zu empfehlen! Gutes Hauptveranstaltung! Danke! Immer wieder! Nächstes Jahr, sehen wir uns wieder! Schön! Definitiv! Oh! Ähm, äh... Der nächste Tag! Gestern war das Bunny, die Lieblingscheibe! Das Bunny, die 2 Meter! Genau! Ja! Da hab ich da 3 Hexer und 1 Fünfer! Ey, cool! Cool! Awesome! Ja! 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 Ja!